Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, genau. Bei mir Dings ist ja zwar gar nichts, aber so fresh, exciting. Hast du Schuhe gekauft? Ich steh da drin und denk mir, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Warum bin ich heute überhaupt hierher gekommen, ne? Wir sind die, mit der du, mit der wir, wir haben alle gegessen zusammen. Ich weiß. Bin ich voll gefressen. Was ist Chunky Dunkin Donuts? Ja, stimmt, steht da drauf. So, der einzige Mann hier in der Runde. So, hier gibt es gleich schon Kalorien, aber ich kann da jetzt gerade gar nicht reingreifen. Das ist so schlecht. Ich habe ja die ganzen Hände voll. Mh, wir machen jetzt hier auch gerade ein wunderschönes, äh... ...Kloßab. Genau. Den kenne ich ja auch wunderbar. Dankeschön, haupt Dankeschön. Unser Film schon wieder. Yeah. Okay, du musst drauf. Das ist von oben, Schatz. Sag, sag was Kreatives. Ich schwitze, schminke. Oh, die sind aber schön. Na, die sind aber echt schön. Ich muss weg. Oder willst du mit einer anderen Farbe? Ich gucke erst mal nicht. Mh, lecker. Ist alles drauf, ist alles drauf. Ja, ja. Sehr schön. Wo ist der Melle, bitte? Äh... Ich kann mir den Paco wegschmeißen. Ach so, das noch nicht. Nimm ihn. Boah, der Pinke. Nimm. Oh, krass. Ich kotze. Ich kotze. Beides. Und du nutzt jetzt noch den Geld. Ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Nimm ihn in den Mund. Das ist eine schlechte Aufrede. Nimm ihn jetzt so. Ich will nicht. Oh, krass. Isst du? Nee. Nein, das ist gelb. Ja, gelb geht gar nicht. Pink hätte ich genommen, aber gelb. Das ist aber lecker. Dankeschön. Ja, ja, das ist klar. Was hast du noch auf deinem Fächer drauf? Lohmann. Schön, ich find's toll. Hier sieht man einzelne, alles handgearbeitet, einzelne. Ja, ja. QVC, ganz groß, ganz groß. Ganz gerade Linien betonen dann die Figur. Ja. Handgeknüpft, ne? Das merkt man, dass das echt ist. Ja. Ja, komm, wir machen gleich mal ein Live-Interview. So, da die Beschädigungen sind handgearbeitet. Ja. Wie geil. Was gibt's noch auf? Da sitzt du sogar im Video und wedeln mitten im Video. So, Leute, jetzt ein Haul, aber tut mir leid, ich muss erst wedeln, mir ist warm. So, Videozeit. Möchte noch jemandem was sagen? Conny wedelt nur noch? Ich bin nur am wedeln, muss ich auch was sagen? Solange das mit der Palme nichts zu tun hat? Ich hätte gern jemanden, der mir jetzt den Fächer bedelt. Achso, ich dachte die Palme. Guck mal, wenn er jetzt Gehalt verlangt, dann werde ich verklagt. Ein Froh. Lästert ihr schon wieder, wie vorhin? Ja? 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 Oh, das war ja schlimm. Schlimm war das. Na, voll über die anderen hergezogen. Die Anne und der Eis. Das ist schon extra krass, aber sie sind besser einfach. Ach. Ohne Bruch. Ohne Bruch. Ohne Bruch. Möchtet ihr noch irgendwas pädagogisch Wertvolles an eure Abonnenten loswerden? Mein Schlüpper ist nass. Ich hoffe aufgrund der Transpiration. Mann, Munke, obwohl ihr wart ja auch gerade in einem Schminkgeschäft. Ist ja in Ordnung. Hier drin ist es klimatisiert. Draußen ist noch heiter. Ja, deswegen sage ich nur irgendwo hinsetzen oder so. Stammt ist eigentlich eh jetzt ein Ruppernhof. Da müssen wir um 16.30 Uhr da sein. Morgen. Wie steht's? Es ist kurz nach 16 Uhr. Nach 16 Uhr. Nach 16 Uhr. Nach 16 Uhr. Wer kommt mit Mölle Schlüpper halten? Schlüpper halten bitte. Mölle geht um die Lette und wir suchen uns Plätzchen zum Sitzen. Das ist echt gut. Ja! 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 10,000 Euro Sag mal deinen Namen, damit du abonniert wirst. LaDupa. Alles klar, bitte abonniere. Wie heißt du? LaDupa. Ja. Aber ich glaube, ich habe dich abonniert. Echt? Wer bist du? Ja. Ich bin Trinca 1986. Ich sage mal ja, dankeschön. Danke. Gibst du mir Baby, ey. Wow. Einen fetten, fetten Eisbecher. Das ist Milchreis. Was ist das? Milchreis. Oh. Einen fetten, fetten Milchreis. Schmeckt das? Ja. Ist der warm oder kalt? Äh, mittel warm. Ja. Also war kalt und durch die Sonne jetzt aufgewärmt. Ja. Na Trauma. Haha. Sieh dir aus, kleine Maus. Mach dir. Ach, da geht's. Achso. Warte. Da haben wir schon mal... Da haben wir eben schon mal die Möglichkeit von einer Nassabteilung und dann nutzt es keiner. Oh, da geht's mit meinem Beleister... Ja, oh. Ja, oh. Ja, oh. Ja, oh. Ja, oh. Oh. Ja, oh. Oh, mit dem Butter jetzt kein palavra. Oh. Kaum mit den Meerschweinchen. Wie Scheiße. Was ist denn eine geile Schuhe? Schau mal den Arsch da.